Schaut mal Kinder, ich bin Alfonso. Was für ein Zufall, dass die Sonne genau hier reinscheint. Durch das Fenster. Ist das nicht irre? Das hat mich aufgeweckt. Bis jetzt habe ich nur geschlafen. Es war so laut und hat so gekracht, das bohde in den Wellen. Aber jetzt? Guck mal, ist das nicht toll? Die Sonne scheint hier rein. In meine Koje. Ach, herrlich. Einfach herrlich. Aber das ist ein Außenblick. Seht ihr, es kann richtig schön sein auf einem Boden. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020